Also liebe Freunde, wie man sieht, die Gewaltbereitschaft ist mal wieder bei den Linken. Die Antifa ist da und versucht mit allen Mitteln uns an Demonstrieren zu hindern. Allerdings, wie man sieht, es sind eh nur 10 bis 15 Namen und mehr haben sie eh nicht mehr aufzubieten. Aber sie werden auch irgendwann kapieren, dass sie auf der falschen Seite der Geschichte stehen und eigentlich ein Regime unterstützt, dass man alle unsere Freiheit einschränken will, dem sie den Studenten das Recht zum Studieren nehmen will, das diskriminiert und und und. Die stehen eindeutig auf der falschen Seite der Geschichte. Herzlichen VOICE Ich zweitecheicate this before. Ich weiß, es wurde noch nicht ganz ehrlich. Ich bin unter organised den Prozess.